Mod Vorstellungen. Heute geht es um die Amazon HDP Super 403 Version 1. Und das ist auch schon das schöne Stück. Auf dem ersten Blick, sie sieht gar nicht mal schlecht aus. Sie sieht sogar gegensätzlich zu vielen anderen Sachen richtig gut aus. Die Details soweit stimmen. Die Beschriftung ist auch überall dran. Auch schön scharf, also da kann man nichts meckern. Im Store sind die Bilder auch alle vorhanden. Sie ist auch richtig eingeordnet. Das ist eine Sackmaschine. Benötigte Leistung 130 PS, das ist in Ordnung. 2000 Liter Ladevolumen, das ist auch in Ordnung. Arbeitsweite 4 Meter, das ist schon ordentlich für so ein kleines Ding. Und Fruchtarten eben Gerste, Weizen und Raps. Also alles vorhanden, was man soweit braucht. So, ich habe das Ding auch schon mal ein bisschen im Einsatz. Der Schlepper packt das recht gut mit dem Frontgewicht. Ohne Frontgewicht hebt er leicht an, aber ansonsten ist es schon sehr, sehr gut. Es wird dreckig. Oh, sie wird dreckig. Die Animationen sind alle da. Also ein sehr guter Mod. Wie man sieht, ich habe es jetzt nicht komplett durchlaufen lassen, aber er wird schön dreckig. Also das ist schon ein super Mod. Und zum Bereich Fehler, wie ihr seht, keine Fehler. Also so muss ein Mod sein. Dementsprechend von mir, 5 von 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal.